Bienvenue! Henri Bienvenue! Tor! 1 zu 2! Die Young Boys wurden für ihre Leistung in der ersten Halbzeit fürstlich belohnt. Der Schuss von Bienvenue war allerdings mehr als sehenswert. Bienvenue, 12. Minute, 2 zu 0! Henri Bienvenue, vorher die Vorhörerung! Ach du warte, Raimondi schießt! Und vielleicht noch einmal Raimondi! Maiukka, Tor! 2 zu 1 für das dezimierte E-Mail. 65. Minute. St. Gallen überfordert, Maiukka, der geht am schnellsten. Die Führung, die Bluten, dann aber die Sonnrein schluss. Lepp, Kompatidor, hier bin ich auch ein Ressage höher als ein Gegenspieler, war ein 1 zu 0 und für die anderen. Die erste E-Mail-Torchance wurde gleich hoch und war es ungemäß. Aber, also auch nicht mehr wie Herr Hose, die Krampsanlage aus Bern war irgendwie nicht bis zur Basel heute eine E-Mail-Torchance. Aber, Jaka, Polonie, Lüfte, Allais, und draußen an der Seite die Linie zurück. Und die FCB-Trainer, Kaus zum Ziel. Freiband vorne, tritt hier mit Dubai. Und jetzt Bärmö, der Kohl aus dem Tor, wo er hat es nicht gesehen, aber er trifft trotzdem. Und Ebi führt mit 1 zu 0. Und das völlig verdient. 1, 2, 5, 2 aree. Ebi, ryh, ryh, ryh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017